Ich benutze After Effects jetzt schon seit drei Jahren und mir ist jetzt erst aufgefallen, dass die Dateien viel zu groß sind. Wenn ich jetzt hier die Datei exportiere, das sind ungefähr 10 Sekunden, bei Datei exportieren und an die Renderliste anfügen und jetzt einfach die Standardausgabe auswähle, also verlustfrei und das Video jetzt rendere, dann sehen wir, wenn ich jetzt die Eigenschaften des Videos anschaue, dass das Video 1,73 GB hat, was viel zu viel ist. Und um das ganz einfach zu beheben, exportiere ich das Video nicht in der Renderliste, sondern im Media Encoder. Dazu gehe ich wieder auf meine Komposition, gehe hier oben links, Komposition, zu Media Encoder hinzufügen, dann öffnet sich Media Encoder, hier wichtig, dass hier links H.264 steht, dann könnt ihr hier noch den Speicherplatz auswählen. Okay, und wenn ich das Video jetzt exportiere, dann hat das Video nur noch 5,69 MB. Das war's, danke fürs Zusehen und Tschüss. Das war's, danke fürs Zusehen und Tschüss.